So, es ist Sonntag und wir sind jetzt in der Jahnstraße 8a und wollen doch mal sehen, was es hier trotz Corona zu sehen gibt. So, dann möchte ich den Interessierten von euch doch mal zeigen, welche Ausstellung hier gerade zu sehen ist bei bs-kunst.de. Wir haben hier Gabi Bahr, Luise Böhne, Karian Bahr und Tanjowski. Wir befinden uns hier im Eingang von bs-kunst.de auf dem Flur und ich fange jetzt einfach mal an. Ein paar Fotografien, die hier dargestellt sind. Zu zeigen. Wobei ich jetzt hier die Bildqualität der Aufnahmen entschuldigen möchte. Aber die Situation der jetzigen Krise, die wir hier haben, muss man eben mit außergewöhnlichen Situationen umgehen. Es geht hier um ein Frauenproblem von Brustkrebs, das mit diesen Bildern an dieser Stelle verarbeitet wird. Hier sehen wir noch mal ein größeres Exponat von Tanjowski. In den weiteren Räumen, die wir hier sehen, kurz ein Überblick. Geht es wieder um die Problematik von Krebs. Die hier in grafischer Gestaltung umgesetzt wurde. Geht es wieder um ein paar Folgen. Ich denke, die Bilder sprechen für sich in ihrer Schwarz-Weiß-Darstellung. Ich denke, die Bilder sprechen für sich in ihrer Schwarz-Weiß. Nach diesem etwas schweren Thema, kann man sagen, befinden wir uns jetzt in unserer zweiten kleinen Ausstellungsfläche. Hier kann man übrigens auch Musik machen, später, wenn alles wieder vorbei ist. Schauen wir uns noch ein Bild an und gucken uns noch mal die gesamte Situation an. Und die Möglichkeiten, die man hier hat, wenn man ausstellen möchte hier. Wir nehmen Anfragen gerne per E-Mail an. Auf unserer Internetseite bskunst.de kann man gerne die entsprechende E-Mail finden. In dieser kleinen Räumlichkeit ist eine Bewirtung möglich und wir freuen uns demnächst, wenn wir wieder aufmachen dürfen. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.